Diese Geräte lassen die Herzen der Kinder aus den 70ern, 80ern und 90ern höher schlagen. Heute findet man sie in der Ausstellung Hot Stuff. Dieses Thema Hot Stuff ist für jeden persönlich. Menschen, die in den 80er Jahren geboren worden sind, die denken heute an den Tamagotchi, weil sie den als Kind hatten. Den haben wir hier auch reingehängt. Unsere Geschichte, die wir hier eigentlich erzählen, ist eben diese Geschichte, dass es immer Dinge gibt und das macht den Menschen eben aus, die man haben möchte, die dann auf einmal unser Leben bereichern oder in unser Leben schwappen und ganz, ganz wichtig sind und irgendwann verschwinden sie. Der jeweils neue heiße Scheiß waren auch die Musikplayer der verschiedenen Generationen. Vom Walkman bis zum iPod. Aber nicht nur Elektronik ist ja ausgestellt. Wenn man sich hier die Schrankwand anguckt, dann wissen wir, das hat ohne Oma ja noch so stehen gehabt. Und so eine Schrankwand, die steht heute noch bei der Oma oder der Opa noch im Wohnzimmer. Der Plattenspieler. Das sind alles Dinge, die irgendwo noch mit rumstehen und die Leute aber mittlerweile auch sehen, das ist auch wieder aus unserem Leben verschwunden. Spannend an der Sache ist es eben, dass das gesellschaftlich wieder akzeptiert wird. Also das ist total hip, sich jetzt wieder einen Plattenspieler zu kaufen. Darum greifen wir eigentlich so einen Trend wieder auf, diesen Retro-Look oder Neudeutsch-Vintage. Das ist ja so ein ganz, ganz großes Thema und bilden das hier ab. Ob Schreibmaschine oder Uhr-Laptop. Hier gibt es Geräte zum Anfassen und Spielen. Erwachsene können Tourgeld ihrer Kinder werden, aber auch selbst hantieren und entdecken. Etwa Sammlerstücke wie den Monopoly Tisch und die Arcade-Maschine. Die waren übrigens nicht leicht zu bekommen. Der Sony Walkman, den wir da in der Ausstellung haben zum Beispiel, den kriegt man kaum noch auf dem Markt. Den kann man kaum kaufen. Das war ganz aufwendig, den bei Ebay zu ersteigern. Und darum haben wir gesagt, auch das ist irgendwie ja Archäologie. Auf einmal ist es weg und man fragt sich, warum ist es weg? Und man sucht es dann. Und wir Archäologen haben es gesucht, gefunden und stellen es aus. Wer in die eigene Vergangenheit reisen möchte, kann die Ausstellung noch bis zum 26. April im Archäologischen Museum besuchen.